Like a Hellcat Yo Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video. In diesem Video werde ich einfach mal meine erste Power Liga Season Belohnung abholen und mir den neuen Penny Skin kaufen. Smuggler Penny ist ein extrem neister Skin, kostet auf 25.000 Star Punkte. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auf dieses Video ein Like und ein Abo dalassen würdet für den Support. Auf jeden Fall Ehre, wenn ihr das macht. Und ich würde sagen, wir starten rein mit meiner Season Belohnung. Let's go! So, hier seht ihr auf jeden Fall meine Season Belohnung. Power Liga Season beendet. Mein höchster Rang war Diamant 2 bei Team Modus. Ich habe 10.000 Star Punkte gekriegt. Die können wir dann noch einfordern. Ist eine richtig nice Belohnung. Mache ich nochmal einen Screenshot. Genau, richtig heftig auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich kann sie auch eigentlich direkt einfordern. Let's go! Sieht auch nochmal richtig nice aus. Gibt auch einen Screenshot. So eine Ansicht hatten wir das glaube ich noch gar nicht. Also das ist auch was Neues. Was neu im Spiel ist. Richtig nice. 10.000 Star Punkte nochmal oben drauf. Und jetzt kann ich mir auch den Smuggler Penny Skin kaufen. Ihr seht ihn hier schon im Shop. Ich würde sagen, ich probiere ihn vorher nochmal aus. Ist ein richtig heftiger Skin. Die Attacke ist richtig nice. Und sieht auch allgemein ziemlich gut aus, finde ich. Und vor allen Dingen diese Kanone ist extrem heftig. Da sind solche Energiekugeln wie bei Jessie so ungefähr. Bloß die leuchten noch ein bisschen mehr. Finde ich extrem nice. Ich würde sagen, den gönne ich mir. Ist ein richtig heftiger Skin. Denn hier 25.000 Star Punkte kostet das Ganze. Let's go! Jetzt habe ich auch endlich den Smuggler Penny Skin. Denn bald kommt auch der Saloon 8-Bit dann. Den werde ich mir dann auch kaufen. Ich bin auch ziemlich hoch gefinisht. In Power Liga. Zeige ich euch gleich nochmal. Erstmal hier den Smuggler Penny Skin auswählen. Ich habe zwar schon den anderen gehabt von Penny. Aber das ist nochmal ein deutliches Upgrade. Let's go! Hier seht ihr auf jeden Fall nochmal das Ganze. Ich bin auf Platz 572 in Deutschland gefinisht. Ich muss sagen, ich hätte auch noch mehr schaffen können. So Top 200 wäre schon drin gewesen. Ich habe jetzt nur am Schluss nicht mehr so viel gepusht. Ich wollte einfach nur Diamant 2 erreichen. Dann kriege ich 10.000 Star Punkte. Hat mir jetzt erstmal gereicht. Mal gucken, wie hoch ich nächste Season finishen kann. Die beginnen ja jetzt nicht direkt, sondern erst in ein paar Tagen. Da versuche ich dann auf jeden Fall auch ein bisschen höher zu kommen. Ich weiß nicht, wie viel man zurückgesetzt wird. Wenn man gar nicht zurückgesetzt wird, wäre es sogar möglich, vielleicht legendär zu schaffen. Ich weiß nicht, ob es zu viel erwartet ist. Aber, also dieses rote Abzeichen hier, das wäre auf jeden Fall heftig. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr auch keine weiteren Videos von mir verpassen würdet, würde mich auch supporten. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wie hoch habt ihr in der Power League Season geschafft. Wie viele Star Punkte habt ihr gekriegt, beziehungsweise welchen Rang habt ihr erreicht. Also ich ja, Diamant 2, habt ihr ja gesehen. Okay, bis zum nächsten Mal und ciao. Einen ragaz videre ich noch. Donaue. Genau, das ist gut. suspend dich ab. Und komplett aus wird. Aus mir. Und es hat sie auf hubs.